Wir sind heute im Eifelpark unterwegs. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Eifelpark. Wir sind heute hier und zu einer ganz unchristlichen Zeit und zwar um 19 Uhr, denn wir sind hier zum Eifelpark leuchten. Dies ist ja das erste mal für mich. Ich bin sehr gespannt. Es ist noch hell genug, also es ist noch hell, das heißt man werden noch keine Lichter sehen, aber der Platzhirschpferd und der Alpincoaster, das werden wir alles gleich machen und an der Stelle muss ich mich beim Eifelpark bedanken. Vielen vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, wir gehen rein. Musik Musik Wir sind jetzt eine Runde Alpine Coaster gefahren. Macht immer wieder Spaß. Der fährt aber tatsächlich nur bis es dämmert, also dunkel ist. Wir waren tatsächlich die letzten, die jetzt damit fahren durften. Der Alpine Coaster hat jetzt zu. Der Platz fährt aber noch. Und auch der Wildwechsel. Genau. Damit fahren wir jetzt. Musik 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 So, wir verlassen jetzt hier den unteren Bereich und ich muss gucken, wo ich hinlaufe. Laufen wir jetzt nach oben. Da haben wir auch noch einige Attraktionen offen und da gibt es auch was zu essen. Darauf freue ich mich sehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt hier auf dem großen Platz und holen uns was zu essen. Hier gibt es verschiedene Stände. Wir sind jetzt hier beim Flammlachs. Hier gibt es einmal die Baked Potato mit Sour Cream. Und wie gesagt einmal den Flammlachs. Wir haben uns jetzt beides geholt. Davon gibt es auch noch Gulaichsuppe im Brotlaib. Das holt sich glaube ich Daria. Das zeige ich euch dann gleich. Und ja, der Flammlachs kostet 8 Euro und die Kartoffel 4. Und hier seht ihr, hier wird normalerweise der Flammlachs dann angebraten oder gegrillt oder wie man es aber nennt. Ihr wisst was ich meine. Und hier gibt es ein Domino, Domino's Clown Laufhaus. Da laufen wir auch mal durch. Wir haben jetzt unser Essen. Und da gibt es einmal Reibekuchen mit Apfelmus für 4,50 Euro. Gulasch im Brotlaibbrot für 7,50 Euro. Und ja, so sieht der Lachs aus. Und die Kartoffel. Hier ist unser Essen. Das ist richtig gut. Ja, da hinten könnt ihr noch die wilde Maus sehen, die gerade ihre Runden dreht. Und da an dem Grill gibt es noch so Käsewurst, Bratwurst, Currywurst. Hier gibt es die verschiedenen Suppen. Es gibt Currysuppe, Kartoffelsuppe, Gulaschsuppe, aber auch Reibekuchen. Und da gibt es Flammlachs mit Ofenkartoffeln. War wirklich sehr, sehr lecker. Allen hat es geschmeckt. Die Preise sind völlig in Ordnung. Kann man empfehlen. Ja, wie schon vorhergesagt, geht es jetzt für uns in das Laufhaus. Und es sieht für mich schon richtig Halloween-mäßig aus. Also dieser Clown da oben ist jetzt schon spooky. Na du, ich darf. Keine falsche Bescheidheit hier. Das haben wir auch schon mal schnell gesehen. Okay, ich stoppe. Bevor du da hinfällst. Du. 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 Das mache ich nicht, da breche ich mir noch einen Fuß. Es hat ein bisschen Spaß gemacht. An Halloween sind wir durch Laufhaus gelaufen und alle unbeschadet rausgekommen. Was ich noch sagen wollte, die Eintrittspreise und wann der Eiffelpark zum Eiffelpark leuchten offen hat und zwar Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags und Sonntags. Die Preise variieren und zwar Mittwoch, Donnerstag und Sonntag 15 Euro und Freitag und Samstag 18 Euro. Beim ersten Mal, ich bin sehr stolz auf mich, habe ich geschafft, sehr gut. Ich habe es beim ersten Mal hinbekommen. Ja genau, also das nur noch zur Info, wir werden jetzt langsam Richtung Ausgang laufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, 15 Euro, einige Attraktionen haben offen. Das Essen war wirklich sehr lecker und natürlich das, was es ist, das Eiffelpark leuchten, die ganzen Lichter im Wald. Top, auf jeden Fall, ganz klare Empfehlung, wenn ihr aus der Nähe kommt. Ja, ja. Also die waren vielleicht mit uns hier. Robert finde ich heute eklig. Süß, oder? Inona, Herz-Robin oder Eilauf-Robin? Du kannst mal sehen, wie du willst. Kommt drauf an, wer es liest. Genau. Was noch? Also was soll denn das für eine Mickey-Maus sein, weißt du? Machst du das besser mit deinem Handy. Ja, wir verlassen jetzt den Park, haben jetzt noch ein paar Highlights am Ende gemacht. Malen mit Licht und dieses Schattenspiel. War ein schöner Abend hier im Eiffelpark. Wie gesagt, der Park hat von 7 bis 22 Uhr geöffnet und besucht ihn gerne zum Eiffelparkleuchten. Wir sind dann wahrscheinlich wieder an Halloween hier, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.